Aus nur zwei Zutaten stellen wir heute zusammen ein gesundes und vollwertiges Süßungsmittel her. In meinen Augen nicht nur die perfekte Zuckeralternative, sondern ein absoluter Basic, der in jede Fitnessküche gehört. Los geht's nach dem Intro. Und damit begrüße ich dich ganz herzlich zurück zum allerersten Zubereitungsvideo aus meiner Küche. Wir machen zusammen Dattelcreme. Die lässt sich ganz wunderbar in Cookies, Muffins, Aufstriche, Desserts, Rohkosttorten oder Energiebällchen integrieren und ist super schnell und einfach hergestellt. Datteln werden häufig als Brot der Wüste bezeichnet, hast du vielleicht auch schon mal gehört, weil sie unglaublich viele wertvolle Inhaltsstoffe enthalten. Dazu gehören Vitamin B6, das stärkt Nerven- und Abwehrkräfte, die Folsäure, ganz wichtig für Wachstums- und Zellteilungsprozesse und Niacin, unser Energiewitamin. An Mineralien sind vor allem Calcium enthalten als Knochenbausubstanz, Eisen als Energielieferant, Kalium für den Säurebasenhaushalt, Magnesium zur Stärkung von Muskeln und Nerven, sowie das Multitalent Zink, unser Wundheilungsmineral, was außerdem noch als Enzymaktivator und Antioxidans wirkt und für den Muskelaufbau super wichtig ist, weil es die Protein-Biosynthese reguliert. Übrigens, wusstest du, dass Datteln mehr verdauungsfördernde Ballaststoffe enthalten als Vollkornbrot? Nämlich fast 10 Gramm pro 100 Gramm. Damit haben wir jetzt auch den Bildungsauftrag für dieses Video erfüllt und wenden uns der Zubereitung zu. Und die ist, wie gesagt, denkbar einfach. Neben der namensgebenden Zutat, ich verwende übrigens Medjool-Datteln, die ich bereits entsteint und kleingeschnitten habe, brauchst du nämlich nur noch Wasser, in das du sie circa eine halbe Stunde einweichst. Danach gießt du das Wasser über einen Sieb ab und fängst es auf. Das ist ganz wichtig, bitte auf keinen Fall wegschütten. Dann gibst du die Datteln in ein hohes Gefäß und fügst schluckweise das Einweichwasser hinzu, bis du die gewünschte Konsistenz erreicht hast. Fang da ruhig erstmal mit wenig an. Danach püriere ich die Datteln mit Hilfe meines Stabmixers. Alternativ kannst du auch einen Stangmixer oder eine Küchenmaschine verwenden. Das Rezept mit den genauen Mengenverhältnissen packe ich dir unten in die Infobox. Und damit ist unsere Dattelcreme bereits fertiggestellt. Luftdicht verschlossen, hält sie sich im Kühlschrank so ungefähr vier bis fünf Tage. Alternativ kannst du sie aber auch wunderbar einfrosten. Dafür füllst du sie einfach in einen Gefrierbeutel und streichst sie glatt, sodass eine ebene Oberfläche entsteht. Und bei Bedarf kannst du dir dann ein paar Stücke rausbrechen und damit hast du es optimal dosiert. Was du auch noch machen kannst ist, dass du die Dattelpaste zu Dattelzucker weiterverarbeitest. Ich verwende hierfür mein Dörrgerät. Auf diese Weise stelle ich mir eine kristalline Zuckeralternative in Rohkostqualität her, die ich häufig für Potlucks oder auch für meine Vitalkostbranches verwende. Ja, das soll es dann auch von meiner Seite gewesen sein. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei warst und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Alles Liebe, bis dahin, deine Fanny.